Dieser Ford Kuga steht hier zum Verkauf. Fünf Personen haben in diesem großen grauen, fünftürigen, SUV Platz. Der Kilometerstand des Fahrzeugs liegt bei unter 3000 km. Die Erstanmeldung war Mitte 2015. Der SUV bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie Einparkhilfe, Nebelscheinwerfer, elektrische Fensterheber, Freisprecheinrichtung, Tempomat und noch vieles mehr. Das Schaltgetriebe überträgt eine Leistung von 150 PS. Der angegebene Verbrauch des Benziners liegt bei 6,2 Litern pro 100 km. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 22.870 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Autohausködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis. 1 5 8 9 10 1 10 11 12 12 24 14 25 22 20